Aber der will. Hast du's verstanden, du Mist? Ich schwöre, ich hau dir so und der will in deine scheißverdammte Fresse, du Mistgeburt. Wenn ich dich doch einmal in der Liga cheaten sehe, bumm's ich dein Arsch, mein Nigger. Ich picke deine ganze Generation, das schwöre ich dir. Was bildest du dir ein? Jedes Mal zu warten, bis ich da langkomme, um mir in Hedder zu geben. Bist du behindert im Kopf, auffälliger, geht's gar nicht, du Mistgeburt. Ey, sag mal, hast du ein Gedicht geschrieben, ey? Komm, du bist so ein Scheißer, ey. Ich hab nicht genau gedacht, dass du ein Kanacke bist. Klar bist du, Kanacke, was sonst, man? Ey, nur Kanacke können im Internet cheaten, man. Du bist so ein Hurensohn, ich schwöre. Ey, ich bin erst November reingekommen, Inet. You were kicked from the server. Link engaged channel. New player. Du Mistgeburt, pass auf. Ich spiele seit November erst im Internet aktiv, ne? Ich war vorher nie im Internet. Ich war LAN, Enfek, Northcom, etc. Alles. Und dann komm ich ins Internet und dann kommt so eine Mistgestalt wie du da rein. Spiel gegen die Ere, ey. Ja, aber was glaubst du für'n Scheiß? Alleine schon die Letzte. Ey, wie alt bist du? Ey, wie alt bist du, Mann? Meine Mutter, Mann, du Hurensohn. Ich schwöre, ich werde jedes einzelne Spiel, was du machst, werde ich mir die Demo saugen. Und ich werde das sagen, dass du gefickt wirst. Warum solltest du... Ja, dann werd ich halt gefickt, ja, und? Warum solltest du gegen mich? Ich hab 304 Punkte in der Ere, ey. Boah. Warum solltest du gegen mich ein Draw? Du spielst gegen mich ein Draw. Warum solltest du es deleten lassen? Warum? Sag mir, gib mir einen Grund. Ey, sag mal, du es nur so, dann bist du echt irgendwie bescheuert. Du hattest nicht genau so an wie ich, ey, komm. Oh, shit. Halt deine verdammte Fresse, du Hurensohn. Ich schwöre es dir, ich pump's, deine Mutter tot, Mann. Oh, Mann. Jedes einzelne EAS, wo was du machst, werde ich mir die Demo saugen. Ja, geil, Mann. Halt deine Fresse, red mir nicht dazwischen, Mann. Du Missgestalt. Ey, wie du gecheated hast, du verdammte kleine Missgestalt. Ich werde dich auch... Ja, warum hast du ihn deletet? Er hätte es so angenommen, wäre das alles gut, ey. Komm. Was? Du... Wie, was? Gib mir doch... Junge, red mir nicht dazwischen, jetzt sag mir. Ja, ich red dir dazwischen, ey, komm. Gib mir einen einzigen Grund, warum du deleten hast. Warum hast du deletet? Sag mir, sag mir den Grund. Äh, ich... Ey, sag... Mein Gott, ey, ich sag lieber gar nichts. Scheiße, scheiße. Allein ist schon die letzte Runde, ey. Ja, allein, sag doch deine verfickte Demo bei meinem TV-Hoch-So-Wir-S-A-Halt's-M-A-U-L, ich red jetzt. Ja, ey, halt deine Fresse, Mann. Halt deine Fresse, ich red jetzt. Mit deiner scheißverkackten Brille, du Missgeburt, Alter. Du besitzt den ganzen Tag vor PC und hast nichts Besseres zu tun, wenn ich zu den... Das mit Brille hast du recht, übrigens, ne? ...deine ganze Generation. Klar ist das Fake. Dein ganzer Account ist Fake, seit 05. Du bist nicht jemand, der auf Lagen gewesen ist. Du bist ein scheiß Inetschter, der wegen schwarzen Rands oder sonstiges gepackt wurde. Ey, du bist so ein Huresohn. Ich kriege dich, mein Freund. Ich kriege dich. Ich krieg dich dran. Im Reel-A-So, im Internet mit Demos. Ich kicke dich tot, mein Junge. Und jetzt verpisch dich auf. Kick die, Bandi, Bandi. Los. Was ist los, Herr? Ich fresse, du Missgeburt, Mann. Rass uns nicht. You were kicked from the server. Und nun Kommentare von den drei wichtigsten Mediengruppen. Wir waren es, die es vollbracht haben, dass mit dem 1. April 2003 ganze 3% aller Videospiele, die in Deutschland erschienen sind, keine Jugendfreigabe erhalten haben. Nun, doch diese Tondatei auf und wir müssen feststellen, dass wir unser Ziel eines vollkommen gewaltfreien Deutschlands noch immer nicht erreicht haben. Kein Jugendlicher sollte wegen eines Gewaltspiels derartige Aggressionen bekommen. Spiele, in denen es nur um Gewalt geht. Spiele, in denen man Rentner gnadenlos zusammenschlägt. Spiele, in denen das einzige Ziel ist, so viele Menschen wie möglich zu töten. Spiele, in denen man gnadenlos alle Körperteile in Fetzen zerspringt. Spiele, in denen das Blut nur so durch sie gegenspritzt. Um Ihnen zu demonstrieren, wie gewalttätig die aktuellen, sehr realistisch gestalteten Spiele sind, haben wir für Sie ein Video vorbereitet. Hier sehen wir den Massenmörder Mario. Mario ist ein drogensüchtiger, italienischer Schwarzarbeiter, der als Klempner arbeitet und den ganzen Tag durch Röhren klettert und durch illegale Geschäfte Geld sammelt. Sehen Sie nur, wie detailreich die Todesanimationen sind, wo Mario nicht einmal eine Mine dabei verzieht. Erschreckend. Jetzt neu im Jamba-Abzock-Abo. Leite die aktuellen CS-Killi-Klingeltöne auf dein Handy. Schicke Schrei 1 für... Ich schwör es dir, ich pumpt deine Mutter tot, Mann. Schrei 2 für... Ich hab's genau gedacht, dass du Kanacke bist. Klar bist du Kanacke, was sonst, Mann. Ey, nur Kanacke können im Internet schießen. Oder Schrei 3 für... Allein ist schon die Letzte. Ey, wie alt bist du? An 5 mal die 0 und du bekommst deinen CS-Killi-Klingeltöne, dein Erwarten, dein Handy. Ich hasse euch.